Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Welt der Kaliber. Heute geht es um das alte Kaliber 7x64. Um keine Folge mehr zu verpassen, bitte abonnieren und die Glocke aktivieren. Das Kaliber 7x64, entwickelt im frühen 20. Jahrhundert, ist ein herausragendes Beispiel für die Innovation und das technische Können in der Welt der Schusswaffen und Munition. Seine Geschichte, ballistischen Eigenschaften, Verwendung und spezielle Anwendung in der Jagd reflektieren seine anhaltende Bedeutung und Beliebtheit. Die Entstehung des 7x64 Kalibers kann auf das Jahr 1917 zurückgeführt werden, als der berühmte deutsche Waffenkonstrukteur Wilhelm Brennecke es entwickelte. Brennecke, bereits bekannt für seine Beiträge zur Munitionsentwicklung, wollte ein Kaliber schaffen, das eine überlegene Leistung, vor allem in der Geschossgeschwindigkeit, im Vergleich zu den damals verfügbaren Kalibern bot. Sein Ziel war es, eine Munition zu entwerfen, die sowohl in der Jagd als auch im sportlichen Schießen vielseitig einsetzbar wäre. Die ballistischen Eigenschaften des 7x64 zeichnen sich durch eine Kombination aus hoher Geschwindigkeit, guter Präzision und moderatem Rückstoß aus. Der tatsächliche Geschossdurchmesser von 0,284 Zoll, 7,24 Millimeter, und die typischen Geschossgewichte von 140 bis 175 Grain ermöglichen es Jägern und Sportschützen, eine breite Palette von Zielen effektiv zu erreichen. Die Mündungsgeschwindigkeit von etwa 800 bis über 900 Meter pro Sekunde, abhängig von der gewählten Munition, macht das Kaliber besonders wirkungsvoll für Distanzen bis zu 250 Metern und mehr. Im Bereich der Jagd hat sich das 7x64 Kaliber als besonders effektiv für die Jagd auf mittelgroßes Wild erwiesen. Sie ist ein ausgezeichnetes Kaliber für so gut wie alles europäische Wild und auch für die Jagd auf Bergwild auf weite Entfernungen geeignet. Wunderpatrone wurde sie nach ihrem Erscheinen von begeisterten Anhängern, aber auch von den immer häufiger werdenden Kritikern genannt. Zu viel Lob macht übermütig. Vor allem in puncto Tauglichkeit auf sehr schweres Wild- und Schussentfernung wurde die 7x64 häufig überschätzt. Die daraus resultierenden unvermeidlichen Misserfolge gingen zu Lasten der Munition. Vor allem ein Ruf als zuverlässiger Nachsuchenlieferant haftet der 7x64 bis heute an. Dies wurde heutzutage in mehreren Studien jedoch widerlegt. Auf die richtige Geschosswahl für den jeweiligen Einsatzzweck kommt es an. Ungeachtet der Kritik stiegen die Verkaufszahlen und bereits 1920 brachte die Firma Brennecke eine Randversion, die 7x65R, auf den Markt. Zwischen den Kriegen florierte das Geschäft. So war zum Beispiel im Jahr 1938 die 7x64 mit fast 40 Laborierungen in Deutschland vertreten. Die Palette reichte vom 8 bis hin zum 11,5 Gramm schweren Geschoss. Ein kurzes militärisches Intermezzo hatte der Zivilist zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Bei der Entwicklung eines Scharfschützengewehres für die Wehrmacht galt die 7x64 als Kaliber-Favorit. Es blieb bei der Planung. Bis zum Ende der 70er Jahre konnte die 7x64 in Mitteleuropa ihre Führungsrolle behaupten. Die Vielzahl der damals gefertigten langläufigen Repetierbüchsen im Brennecke-Kaliber spricht Bände. Danach begann im deutschsprachigen Raum der Stern zu sinken. Das im fast gleichen Leistungsspektrum angesiedelte Kaliber 3006 Springfield gewann beim Verkauf von Neuwaffen immer mehr an Boden. Initiiert wurde der Trend durch vermehrte Jagdreisen in ferne Länder und die zunehmenden Drückjagden auf Reh- und Schwarzwild. Höhere Geschossgewichte, die Verfügbarkeit von Munition im Ausland und eine breitere Auswahl an Laborierungen waren dabei ausschlaggebend. Da in Frankreich bis vor einigen Jahren ausschließlich Munition zivilen Ursprungs für die Jagd zugelassen war, blieb die 7x64 dort die Nummer 1. Und heute? Trotz aller Unkönnrufe hat das Kaliber in Deutschland nach wie vor einen festen Freundeskreis. Viele ältere Jäger führen seit Jahrzehnten ihren Repetierer im bewährten Brennecke-Kaliber. Und auch für den jagdlichen Nachwuchs ist die 7x64 interessant. Das Angebot an hochwertigen Gebrauchtwaffen ist groß und die Gelegenheit für ein historisches Schnäppchen, sei es eine Mauser 66, ein mannlicher Schönauer oder eine Sauer 80, ist so günstig wie noch nie. In Nordamerika ist die 7x64 nur sehr selten vertreten und so gut wie unbekannt. Dort gilt die 280 Remington, was dort verbreitet ist als das amerikanische Gegenstück und ist nahezu identisch zur 7x64. Auch die Munitionshersteller bemühen sich um den fast 90-jährigen Oldie. Sehr viele Hersteller haben das Kaliber heute noch standardmäßig in ihrem Programm und das auch in vielen bleifreien Varianten. Gelegentlich wurde sie früher auch für sportliche Zwecke benutzt. Zukünftig wird sich zeigen, wie es mit der 7x64 weitergeht. Wie bereits erwähnt, hat diese Patrone eine feste Anhängerschaft und wird durch diese auch noch weiterhin jagdlich hochgehalten und erfolgreich genutzt. Es wäre schade, wenn dieses alte Kaliber in Vergessenheit geraten würde. Das war es auch schon wieder mit dieser Ausgabe von Welt der Kaliber. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Weidmanns Heil!